auf der fahrt hierher sind wir durch mehrere dörfer gefahren und die dörfer wurden immer kleiner und als wir dann hier angekommen sind mitten im grünen hier ja dann nur ein haus am ende denn naja ich hab gedacht das ist das ende der welt das recht wie man so schön sagt ist auf der seite des stärkeren wer ist der stärkere ist der staat der stärker oder der soldat der stärker ich hatte eigentlich vor allem angst vor denen und vor denen wie ist es zu halten grenzposten papier oder sonstige zur durchsicht nehmen zur kontrolle und dann hast du ganz deutlich darauf hingewiesen dass wenn dein anweisung nicht zur folge kommt das letzte maßnahme musste schießen